rede denke ich mir schon ich habe keine ahnung 56 das kann ich noch nicht hin machen und das macht 1911 war ich da meine ich habe angst das ding jetzt voll zu machen einfach ich weiß gar nicht was ihr für ein kippen kam glaube ich auch noch strom drauf ein maschinenblock hatte ich noch haben wir damit du nicht so viele machen muss keine sechse macht auch einfach gold in der mitte und vier außenrum ja du meinst jetzt ein gold ingot ja da hat schon den ganzen stack wie bekomme ich jetzt den strom ich glaube der wort nämlich auch strom der versorger hier das dahin das dahin das dahin können wir mal schlagen gehen nach ich sollte auch kann man in die mitte machen sondern maschinenblock schlafen gehen ja liegt schon ok unterwegs ja ich muss erst mal mein hause ja ja ich habe gerade einen schluck getrunken ja deswegen so unprofessionell wie wir sind dürfen wir das du bist noch professionell so energie hatte jetzt so kommt sagen aus welchen kick brauchst du denn aber aus den körper körper der körper war counter kid liebe das mit ein schuss körper tot ich weiß es gar nicht mehr geht das ja ich brauche noch ein bisschen körper warum warum ich jetzt die wand da hoch sprung oben counter kid ach das hat sogar geklappt dann haben wir mal die ja natürlich doch ich wieso soll man das auch gleich richtig ansetzen wenn man auch falsch setzen kann haha und mein mensch habe ich gerade nicht dabei haha weil ich hier weg getan hatte weil ich das für ein körper brauchte haha haha weil wusstest du das weil du bist darum nein ja doch wie nur kognitiv inkorrekt zu dir so kompetent meinst du kognitiv inkompetent ist das mit einem wort hallo das muss ja richtig ausgesprochen wer das muss richtig umschrieben werden ach nö doch inkompetent fertig aus so so war es jetzt richtig 500 grad bei 500 grad schon sagen wir das schon wieder dunkel oder was nein nein alles gut na was sagen die dann wie viel kriegen die denn jetzt schon mehr als vorhin hat wohl sagt nicht das spieler kein stein doch schon sagen das spieler kein stein mehr drin aber doch ach da hinten ist ja gerade am arbeiten das ist gut wenn man so viel koppel ist und dass man lagert bei 500 grad schalt einfach ab und ist der jetzt schon wieder hier ein lizard ich weiß es nicht lizard irgendwas krackst hier so über mir ist ein komischer geier ein valtura ein geier ohne seine turnschuhe ja ohne seine turnschuhe dann nochmal abmachen die cable drummal magnet an zack 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 ich glaube ich warte erstmal bis die mfe voll ist geht der bildschirm auch jetzt an das war klar das dauert aber noch ein bisschen bis die mfe voll ist naja was soll's hast du ja genug zeit ja das ist heute ja auch noch einen tag und morgen auch noch einer in der zeit kann man immer noch was anderes machen mfe was könnte ich denn noch anwählen hier was könnte ich denn noch machen hm free storage fill genau also ich hab ich hab noch 49 electric circuits ach alter ich wäre so froh wenn ich noch einen zettel äh b b b b b b so probieren wir mal das so hola 64 default science fiction so ähm ja die brauche ich die generatoren zwei stück von den lau habe ich schon low 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 noch sechs stück ja hm hm ähm hm 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 ja hm 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 440 generatoren brauche ich noch ich stehe mal auf eine sicherheit von 400 was 48 generatoren brauche ich noch warum das denn für ein großes oder was ja so wünsch mir glück ne auf jeden Fall ist das bumm ich hab da voll angst um ich würde es lustig finden ich finde es auch erst lustig aber ich finde es danach traurig da heute mit der flash weißt du das da sitzt genau die Yu Yu Meta Fabrik hinter 4 5 6 7 8 ok na wie lange brauchst du Uranzelle warte mal warum ist sie jetzt aus muss sie an sein ups warum mach ich das ach ich bin so dumm 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 da ruhig ach so die muss erstmal angemacht werden jetzt höre ich gleich noch hin und da hm hm so 48 Öfen brauche ich ach das Signal warte mal muss das Signal andersrum ok warte mal komm wenn da schon so 48 sind mach ich die letzte noch so voll zack ich hab auch noch 40 ich hab noch eine komm ich nehm die mit 5 5 5 5 5 5 ok alles klar bei dir wird alles gut ja ja bei mir ist alles gut ha 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 so verarschen ein bisschen eisen was mir fehlt jetzt geht es los 16 stück er produziert macht bumm ne er produziert macht bumm ich weiß gar nicht wie heißt er wird ich weiß gar nicht wie halt der wird wie heider wird nee so ist richtig rum er wird hi das kann ich heiße ich muss man stellen ja ich mache mein thermometer noch ich lasse alle drinnen passiert schon nix 48 sich einmal das kabel abklemmen sollen so produzieren wie viel masse denn der sekunde 100 ein stück 105 oder sehr geil für den filler will ich aber nicht haben nach meiner laden wollte ich noch dazwischen schalten 48 batterien brauche ich jetzt noch das mal weg das kann dann habe ich danach drin wirst du den was auch immer kann man daran ist gar nicht wie laut das geld bei mir ist hier wie ein alarm ja wenn die temperatur zu hoch geht man wollte ich schon zu hoch naja ich habe den nur umgeschaltet ob der funktioniert temperatur kit so ach so guck mal das passt da habe ich ja noch ein passt nicht ist mich verraschen jetzt mit kein circuit abgeben oder sowas schade so temperaturmesser zwei mal 48 retzten brauchen noch die generatoren schaffen zwar wirklich so schnell und 48 kräuter warum bist du denn eigentlich auch der ist ja gar nicht heiß der wird ja gar nicht heiß hier juli 100 der könnte bis 5000 mit wasser machen und bei der wird bei 8500 kern schmelzen ja lass mir laufen ja passiert nix ist klar fleisch kleiner kleines wändchen laufen hier sobald er keine energie mehr hat schaltet er ab wir müssen immer am besten schlafen gehen das kann raus die kohle lockst holt das bau noch das auch noch keine kohle mehr haha können wir schlafen gehen bitte kann man nicht schlafen okay ja dann lass erstmal ich will mal testen was er gleich macht wenn er kein strom mehr hat ob er dann wirklich abschaltet und die alarm schaltet muss das mal hinten zu meinen kisten die bei den wo die teils gab es auch weil da habe ich noch eine kohle glaube ich drin glaubst aber nur ich werde jetzt nicht machen ob die jetzt strom hat er könnte auch sich selber speisen naja da haben wir kohle reicht schon und runterspringen der macht der vier millionen eu das reicht ja mal ist das ding ist eigentlich folter die mfe weil dann kann ich nicht wieder anschließen nur noch nicht ganz aber die ist recht voll schon muss gerne mal vorbeikommen doch wir können schlafen okay danach muss unbedingt vorbeikommen will ich nicht hat kommt schon dann schießt du mich irgendwie nur ab nein ich mache ich mache ich nichts definitiv nichts legt sich ins bett ich bin am schlafen dauerne moment immer die sonst ein bisschen länger gedauert kommen sie mal ran nein kommt schon beschäftigt und schon was kann auch unsinn gemacht ich mache wirklich nichts kommen wir hinten hin nein ich bin beschäftigt bist du nie doch ich bin beschäftigt ganze zeit am zu kraften ja ja und vorher mich am töten ich habe gerade zunächst keine lust hatte zu kraften ach so ja so dann muss man sich halt killen dann aber ich doch wieder verdient habt oder was hier ist doch da einfach jup 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 die top dann haben wir den aufgenommen eine halbe stunde kann ich machen was weiß ich ja und für dennoch sieben angefangen können wir noch bis 15 minuten 20 minuten noch machen wollte die hässlichen fehlen kotz nein aber auch an kann ich gerne alle nehmen federn ja mit dem recycler einschmeißen dass sie den arsch abwischen warum nicht den arsch abwischen warum nicht da einfach rein und fertig aber mal den arsch mit abwischen auch immer den bildschirm die tue ich mal woanders hin und wir haben drei stecks an re batterien wasser erfunden das problem ist ich brauche noch mal 48 von den zirken warum das wenn ich 48 generator mit ballern muss bohr junge kannst du auch übertreiben nö ich will mir ein medium voltage machen man kann es ja übertreiben obwohl du hast schon recht weil ich übertreibe immer gerne weißt du doch schon das ist schon klar aber übertreibst du nicht so habe ich jetzt ein bisschen mehr energie schon macht doch das mit uran wohl das ist doch kommen was will ich aber gar nicht war das kosten kannst du fliegt mich in den alter junge ich habe hier was schönes in hand für dich was denn woher kommen schmeißt weg ach so es wird jetzt hier kommt der terminal kurz gucken für energie das was schönes in hand für dich willst du haben ne ich habe reich da okay danke das kann es bei dir auch mal ein bildschirm auf hinsetzen weißt du wie viel energie da immer drin ist wo das meine mfsu hier drüben sitzt wie war ist das denn angeschlossen guck mal da müssen jetzt knappe 5.800 5.900 guck mal auf dem bildschirm 6.100 6.200 6.200 ja ja ach der bildschirm brauchen kit sensor kit braucht er beziehungsweise energie kit das läuft alles mit ja mit frequenzen terminal mit ja weil wenn jetzt 500 grad erreicht pass auf siehst du dann wird der alarm machen aber reicht er nicht weil ich habe schon mal geguckt mit dem temperaturmesser kommt er nicht drüber ne so ja gleich 10.000 eu mhm wenn ich es voll habe dann schmeiße ich es einfach da dran warum fahr nur mit der faust da bekomme ich dennoch schaden von weil ich keine rüstung habe ich glaube aber immer zufällig ja weil ich einfach nicht mit rüstung rumlaufen muss warum denn ich habe ganze zeit immer die gleiche rüstung naja mehr mache ich da auch gar nicht alles gut ach ich muss doch zwei chests machen ach ja so ist das schön ne das schön das mache ich bald noch mit liquid pipes und sowas hier ist ein vogel drin wo ja so ein kleiner spatsch spatschi spatschi ein kleiner spacki kleiner spacki naja 1 2 3 4 1 2 3 4 ach sag mir ich hör schon wieder kein koppelstum mehr hör wieder kein koppelstum mehr alter schwede ja das verbraucht ganz schön was so ich habe gesagt ich nehme grüne mache ich das und ich habe gesagt ich nehme blauen blaue ja 1 2 1 2 zack 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 ja wohl das hätte noch ähm da noch mehr koppelstum und wo haben wir noch was da werden wir so viel koppelstum ja das ist ja kein wunderbar so eine große fläche die ich ausgebuddelt habe ich habe alles in die white chest reingepackt da ärgere ich mich jetzt auch drüber heheheh die tue echt ich kann mal wieder paar bögen wegwerfen hier meinst du wieso ich das immer spare naja ich mach das jetzt auch alles was in die white chest reinfällt geht in recycler rein na wie viel boah ey pfff die mfe ist fast voll und die wird auch grad nicht leer die hat aber nicht viel ne 10.000 oder so trotzdem aber du brauchst halt eine mfe um eine mfsu zu bauen ja ich weiß das ding ist gleich voll und das verliert jetzt gar keine energie mehr meine hat 10 millionen storage und die braucht lange bis sie voll ist voll lange wolltest du noch aufnehmen äh ja wir können auch 20 10 minuten 20 minuten so ich weiß es nicht ganz genau für den nach haben wir für den nachdem haben wir angefangen ja anderthalb stunden können wir circa konnten wir circa machen ja dann können wir bis vierte vormachen ja so noch ein paar minuten passt das habe ich keine spinnfäden gehabt boah jetzt war er auf gegessen ich suche die gerade mal komisch aber leckt nicht gerade wieder ja habe ich wollte ja auch gerade sagen ich glaube das leckt gerade wieder ein bisschen ja die schokobus bewegen sich auch nicht oh endlich stehen die mal still gleich kommen wieder federn so anmarsch so wusch ne ich hab die magneten aus ok was ja leute da sind wir wieder aber nur ganz kurz weil der server der macht jetzt grad vor die mucken der macht jetzt vor rum ne flash naja leider wollte ein bisschen quatsch machen ja da würden wir dann sagen wir bedanken uns aber trotzdem fürs zugucken und bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.